Es war eine großartige Zusammenarbeit, kann ich wirklich sagen. Die Zusammenarbeit mit den Studenten und auch mit Herrn Professor Agawal haben wir als sehr inspirierend empfunden. Wir haben uns regelmäßig einmal im Monat getroffen. Wir sind zusammen durch die Monate gegangen der Zusammenarbeit. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es heute ist, die Abschlusspräsentation, just. Die Kernidee des MSD Health Store war, unseren bereits existierenden sehr guten persönlichen Service und die ebenfalls existierenden digitalen Kanäle in einem Health Store zusammenzufügen, um ein wirkliches Kundenerlebnis zu schaffen. Und herausgekommen sind ganz tolle Lösungen. Wir haben neue Ansätze im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality gefunden. Und das passt ausgezeichnet eigentlich zu dem, was wir heute schon bei MSD haben, nämlich innovative Medikamente. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass wir den innovativen Spirit nicht nur auf die Medikamente, sondern auch auf weitere Gesundheitslösungen übertragen, dann haben wir es geschafft. Und da ist die Makromedia-Universität und die Studenten für uns eine ganz große Hilfe. Und da ist die Makromedia-Universität und die Technologie-Universität und die Technologie-Universität.